Severin von Noricum war ein spätantiker Heiliger, Missionar und Klostergründer in Noricum. Über sein Leben berichtet Eugipius in einer Gedenkschrift, die unter dem Titel Vita Sancti Severini bekannt ist. Leben Das heutige Wissen über das Leben Severins und über die sozialen und kirchlichen Verhältnisse in seinem Tätigkeitsbereich stammt aus der Lebensbeschreibung des Heiligen, die Eugipius der Abt eines seiner Klöster im Jahr 511 verfasste. Diese heiligen Biografie immer wieder geht es um Wunder wie Prophezeiungen. Heilungen oder eine Ölvermehrung ist die einzige erzählende Quelle aus der Zeit der untergehenden Römerherrschaft in Bayern und dem späteren Österreich. Sie liefert wertvolle sozialgeschichtliche Informationen, doch wird ihre Glaubwürdigkeit in der Forschung teilweise skeptisch beurteilt. Die Angaben über den Rückzug der Römer aus dem Noricum dürften übertrieben sein, man geht heute nicht mehr davon aus. Dass es, wie man früher aufgrund der Darstellung des Eugipius annahm, zu einem vollständigen Abzug der Provinzialbevölkerung kam. Über Severins Abstammung ist wenig bekannt. Wie Eugipius berichtet, erwies ihn seine Sprache als einen ganz ungar lateinischen Menschen. Daraus und aus weiteren Indizieren lässt sich folgern, dass Severin aus Italien stammte und dass seine Familie einer vornehmen gebildeten Schicht angehörte. Vielleicht war er senatorischer Herkunft. Da er Auskunft über seine Abstammung aus Bescheidenheit verweigerte, ist davon auszugehen, dass er der politischen Führungsschicht entstammte. Seine Ausbildung als Mönch erhielt er im Osten des Reichs bei den in der Wüste lebenden Einsiedlern. Nach dem Tod des Hunnenkönigs Attila im Jahr 453 kam er von Pannonin nach Ufanuricum, der früheren römischen Provinz nördlich der Ostalpen. Die zu jener Zeit bereits durch den Zerfall des Weströmischen Reiches infolge der Völkerwanderung bedroht war. Severin hielt sich hauptsächlich im Donauland zwischen Kanund um im Wiener Becken und der Gegend von Passau auf. Der Historiker Friedrich Lotter hat in zahlreichen Aufsätzen und in seiner Severin gewidmeten Habilitationsschrift von 1976 die Hypothese vertreten. Der heilige Severin sei identisch mit einem Industrissimus V.S. Severinus, den Enodius in seiner Lebensbeschreibung des Mönchs Antonius von Lerins als dessen Erzieher erwähnt. Der heilige sei auch mit dem 461 von Kaiser Majorain ernannten Konsul Flavius Severinus gleichzusetzen. Er sei zwischen 454 und 461 im Donauraum als Provinzgouverneur tätig gewesen und habe auch noch später, als er schon Mönch war, in offiziöser Funktion wie ein Amtsträger des Reichs in der Verwaltung von Ufanuricum gehandelt. Diese teils sehr spekulativen Annahmen haben sich in der Forschung nicht durchgesetzt. An der sehr vornehmen Abstammung Severins wird zwar nicht gezweifelt, aber die Gleichsetzung des Heiligen mit dem Konsul von 461 wird heute allgemein abgelehnt. Zunächst trat Severin offenbar im Gebiet Niederösterreichs in Erscheinung in Asturiskomagena und Fabianis, wo der Ruggiakönig Flaxitheus am gegenüberliegenden Ufer der Donau residierte, der Severin angeblich um Ratbad. Seine Lebensbeschreibung handelt dann von Cucolis und Juwavum. Ein weiterer Abschnitt beschreibt sein Wirken an der Donau bei Passau. Dort geht es um die Kastelle und Siedlungen Quintanis, Batavis, Boiotro und Joviaco. Er unterstützte und bestärkte demnach zunächst deren romanische Bevölkerung angesichts der ständigen germanischen Überfälle, organisierte dann aber ihre Evakuierung nach Lauriakum an der Enz. Bald wegen anhaltender Bedrohungen weiter zurück in die niederösterreichische Nachbarschaft seines früheren Wirkungsorts Fabianis. Dies auf Druck des Ruggiakönigs Färletheus. Hier verbrachte Severin offenbar seinen Lebensabend. Severin bekleidete selbst kein Amt, sondern scheint auch nach der Konventsgründung weiter als Anakoret gelebt zu haben. Er betätigte sich als Mahner, Helfer und Seelsorger. Er setzte sich für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung ein und organisierte Lebensmittel- und Kleiderlieferungen. In den Jahren 469-470. erlangte er vom allermannischen König Giebut, den er im Gebiet von Passau traf, die Freilassung römischer Kriegsgefangener. Sein entschiedenes Auftreten im Umgang mit Herrschern zeugt von seiner außergewöhnlichen persönlichen Autorität. Severin starb 482 in Fabianis. Eugipius nennt den 8. Januar als Todestag. Den eigenen Todestag wie auch die Entvölkerung von Ufer-Nuricum durch Abzug der Einwohner soll er vorausgesagt haben. Der von ihm gegründete Konvent schloss sich dann einem Zug über die Alpen an, den Herrn Wolf 488 im Auftrag seines Bruders Odoacker durchführte, und siedelte samt den Gebeinen Severins nach Italien über. Zu diesem Zweck wurden die Gebeine des Severin geborgen. Eugipius schreibt, der Leichnam sei sechs Jahre nach seiner ersten Beisetzung unverwest und vollkommen erhalten gewesen und habe geduftet, obwohl er nicht einbalsamiert war. Neuer Standort der Gemeinschaft wurde Castellum Luculanum bei Neapel. Der Konvent dürfte zu dieser Zeit von Lyselus geführt worden sein, dem später Marcianus folgte. Die Gebeine des Severin scheinen bis nach der Konventsgründung in Neapel gelagert worden zu sein. Nach Eugipius musste man erst einen Platz für die Bestattung finden. Boden und Grabbau wurden schließlich von einer vornehmen Dame namens Barbaria gestiftet. Die Hypothese, es habe sich bei Barbaria um die Witwe des Orestes und die Mutter des Romulus Augustulus gehandelt, ist spekulativ. Die Translation von Neapel nach Luculanum fand, wie Eugipius berichtet, mit Erlaubnis des Papstes Gelasius I. statt. Die Beisetzung wurde von Bischof Viktori von Neapel vollzogen. Seit 1807 liegen die Gebeine Severins in der Pfarrkirche von Frater Majore in Kampanien. Gedenktag und Verehrung Evangelisch 8. Januar Katholisch 8. Januar Davon ausgenommen gilt, er ist Jözesan Patron von Linz. Im Bistum Passau wird seiner mit einem gebotenen Gedenktag gedacht. Severin gilt als Schutzpatron von Bayern, der Gefangenen, Winzer und Leineweber sowie für Fruchtbarkeit der Weinstücke. Seine Hilfe wird bei Hungersnot erbeten. Besonders gefeiert wird sein Gedenktag im Stadtteil Heiligenstadt im Wiener Bezirk Döbling. Im Jahr 1862 wurde in Wien als Ergrund die Severin-Gasse nach ihm benannt. Darstellung Der Heilige wird predigend oder an einem Grabmal betend dargestellt. Attribute sind Buch und oder Abstab in der rechten Hand ein Kruzifix.